Moin moin, so jetzt geht es wieder weiter mit The Last of Us, der 18. Part und ich würde sagen, wir gehen mal die Treppe hoch. Hier ist noch jemand. Rechts oder links? Rechts oder links? Was denn? Ich habe irgendwas gehört. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Ich habe nichts gehört. Oh mein Gott! Oh! Was! Oh mein Gott! Achtung! Ich werde nicht absackeln! Vor der Deckung! Dort links! Achtung! Oh Scheiße! Hä? Sie kommt von hinten, aber da waren wir ja schon. Ah, manchmal verstehe ich die Spieler nicht. So, Bespauschläge haben wir ja selber. Hier liegt nichts. Das ist zu. Hier ist offen. Boah! Ui, da ist er! Wer sucht, der findet! Aber eigentlich habe ich immer gedacht, dass die Ausbeute in einem Hotel größer ist als anderswo. der Leer auf dem Hotel ganz einfach einen auf dem Hotel auf dem Hotel Und dann auch ein der Leer der Leer auf dem Hotel und der Leer also für der Leer Ziegelstein und Verbandzeug ist auch was schönes Ziegelstein Mülleimer ist auch nichts okay also Ellie will da hoch dann tun wir ihr mal das gefallen hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein warte lass mich das aufmachen mal sehen wo wir landen ja mal gucken das sieht nach Durchgang aus was müssen wir hier machen was so Nicht so schwer. Nicht so schwer lassen. So, lass uns oben. Okay. Joel? Joel! Wir sind gut. Alles okay? Nein! Du hast mich zu tun erschreckt. Ja, okay, ich komm. Ich... ich bin oder muss, okay? Nein! Bleib da oben! Ich komm auch zu dir! Ja, ja, wir müssen. Ja, ich versuch's. Das ist genau passend. Okay. Wohin jetzt? Ich glaub, da hinten war ich noch nicht. Okay. Das ist ne Sackkasse. Okay. Das ist ne Sackkasse. 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 Aber hier waren wir auch noch nicht. Okay. Ich kann auch nichts herstellen. Das sieht aus, irgendwie aus wie ne Sackkasse. Das ist ne Sackkasse. Der ist auch in der Sackkasse. Das ist ne Sackkasse. wenn ich gerade ein bisschen überfragt wo hingehen sollen weil hier ist es ja eine Sackkasse hier waren wir auch schon da ist auch eine Sackkasse also müsste ich theoretisch nur hier rüber gehen und hier ist nur ein Raum mit einer Leiter die geht aber nach unten so, tauchen siehst du hier, ah, da ist eine Tür ich muss irgendwie das Tor umgehen hm ja, vielleicht hier vielleicht der Durchgang hier 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 waren wir hier schon hier haben wir auch noch nicht oh man Ich fühl mich hier irgendwie sehr sehr unsicher. Ja, die Fleischer macht es besser. Oh, ich bin so einfach... Ah! Ah, ich hab mich hier. Ich bin jetzt, dass ich das hier habe. Ja! 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 Ich hasse große Linger! Ja! Ja! Ist das ein verfuckend ernst? Das war jetzt nur eine Schlüsselkarte suchen. So, bestimmt ein Spind. Nein! Da! Hotelkarte. Okay. Okay. So viel dazu. Ich muss zu Ellie. Siegelstein. Ein Schuss. Und in der Dache sind zwei Schlüsse gewesen. Okay, was haben wir denn? Oh! Werksalküsse. Okay. Können wir nicht. Hm. So, wenn wir das machen. Und das machen. Dann haben wir alles gemacht. Das ist doch ganz gut. Gut. Dann haben wir nichts mehr. Okay. Okay. Jetzt haben wir wieder was. So. Okay. So. Nachfüllen. Das. Wir haben ja alles voll gehabt. so. So. Däumchen hoch. Kommt da runter lassen. Hättet's abochen lassen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschau tschau tschau.